wie beschreibt man dein penis mein penis ist ja auch ich würde sagen ist so ein golf ganz stick normaler golfer der macht sein der bringt dich von a nach b der macht sein ding komfortabel ist jetzt keine hingucker aber ausreichend macht sein ding bei uns im norden sagt man ganz genau zu den soll es dir merken ich habe vielleicht nicht das größte schiff im hafen aber ich paddel am dollsten es ist ja auch wichtig wie man damit umgehen kann du kannst wenn du ferrari hast aber kein auto fahren kannst bringt es dir nichts wenn du einen schönen golf hast und richtig gut auto fahren kannst du da gut fahren kannst dann bringt es dir mehr wusstest du dass etwas ein riesen penis hat ne wusste ich nicht egal woher weißt du das denn er hat mich hinten erzählt der hat ja video assistant referee der hat da videos gesehen aber wenn wir auch ganz ehrlich sind wir beide sind ja auch schon ein bisschen älteres eisen bringt ja auch gar nichts im leben wenn du riesen penis hast ne bringt ja nichts die realität ist auch für die jüngeren leute und die jungfrauen da draußen lasst euch alles gesagt sagen großer penis bringt gar nichts zu 99 prozent der frauen da draußen die mögen gar keinen großen penis weil es denen weh tut einen sehr großen penis ja ja groß also in den meisten fällen jetzt beispielsweise mein freund pferdepimmel simon so der hat der hat zwar einen schwänge wie ein pferd deswegen heißt er auch pferdepimmel simon aber bei fast also bei keiner frau kann er ihn bis zum anschlag reinstecken und wenn du so einen riesen schwengel hast ist es ein absoluter krampf den auch knüppel dicke haare zu bekommen weil du so viel blut in diese riesen in diesen riesen arm rein pressen musst das funktioniert gar nicht richtig das ding kriegst du nie richtig komplett hart ja ja das stimmt aber also das da spreche ich nicht aus erfahrung aber ich habe auch schon öfter gehört dass dann manche leute die jetzt ein riesen pimmel haben ne ich rede jetzt hier nicht von richtig so 17 18 so ein großer penis sondern von diesen übergroßen pimmeln die haben dann echt erektionsprobleme teilweise ja da muss ja auch gefühlt drei liter blut in den schwanz reingepumpt werden dass das ding mal steht also ich sage euch so wie es ist chat das ist natürlich auch nicht das was ihr vorgelebt bekommen bekommt so ein pornos und so sind ja immer die schwänze besonders groß dass da jetzt speziell für gecastet wird und ähnliches sei mal dahingestellt aber die realität ist ein durchschnittlicher penis der aber weiß was er macht mit einer guten technik lang den frauen allemal ja das ist einfach so der muss dazu sagen man kann auch viel rausholen mit dem mit anderen körperteilen nicht nur mit dem penis also weil dann vielleicht ein sehr kleinen penis hat und so extrem klein halten dann kann man auch mit anderen sagen was man auch mal die faust reinhauen sage ich auch gut nein reeli hat vollkommen recht es ist es ist nicht das wird euch vielleicht vorgegaukelt und vertraut mir auch die ganzen leute die so sagen boah dick ich habe so einen großen schwanz ich habe so viel gefickt das sind alles schnacker digger sind in den meisten fern alles schnacker große penisse ist so jemand der mit seinem großen penis flext hat meistens keinen großen penis ja was sagst du so zur durchhaltevermögen was sagst du dass da eine gute zeit wenn du jetzt eine zahl sagen müsstest und jetzt nicht diese steile ja nur so gut wie es läuft also so eine gute eine gute zeit für nackt also reden wir vom rhein geschlechtsverkehr oder eben wie in game also ok in game zeit dem ok also ich würde jetzt sagen eine gute in game zeit lassen wir kurz überlegen also ich würde sagen eine gute in game zeit ist zwischen sieben und halb und zwölfe und halb minuten ja top zwölfe und halb ist schon viel aber ja fühle ich ja am ende am ende am ende ist es auch so digger die leute die da erzählen ich habe die ganze nacht durch gefickt keine frau hat drei stunden in ihre vagina gefügelt zu werden da hat keine frau lust zu und ich sage ich sage ja wenn ich es richtig geil finde da würde ich niemals die ganze nacht bumsen können das wird gar nicht gehen also wenn du dich richtig attraktiv da sprittst du doch früher ab weil was ist das die ganze nacht das geht auch gar nicht also bei mir persönlich sage ich dir ehrlich bei mir ist eher so je länger je länger ich mit einer frau im team bin desto desto schneller kann ich auch kommen kontrolliert weil man aber auch nach einer gewissen zeit einfach weiß was die partnerin möchte welche knöpfe man drücken muss dass beide ja schnell nicht aber beide gut zum orgasmus kommen warum soll ich denn da 30 minuten das laub fegen wenn ich mit meinem laubbläser auch das laub in zehn minuten weggeblasen bekommen das ist das das ist eine eingespielte sache und guter sex definiert sich auch nicht über eine halbe stunde stunde sondern guter sex definiert sich über das allerwichtigste mit der partnerin reden ja reden ja reden im sinne von was was sie möchte ach so ja du kannst du kannst du kannst da auch eine dreiviertel stunde deine xxl salami ins loch rein donnern wenn die frau da nichts dabei spürt war die arbeit für umsonst ein guter liebhaber ein guter freund sollte immer sein seine seine wichtigste sache und jetzt werden alle wieder reinschauen ist mir scheißegal jungs ihr sag ich euch ehrlich das einzige was ihr abgefeuert habt aus eurem schniedel ist im taschentuch gelandet also katsch mich jetzt nicht zu ja und das wird auch das letzte mal sein wenn ihr euch nicht vernünftig um den um die partnerin kümmert genau das das ist das nämlich das allerwichtigste als mann sollte eure höchste priorität beim geschlechtsverkehr mit der frau sein dass sie zum orgasmus kommt und erst dann wenn sie ein orgasmus hat oder gerade nur orgasmus hat erst dann seid ihr als männer dazu solltet ihr euren orgasmus haben das ist das allerwichtigste dass die frau zum orgasmus kommt da ist die viele die sagen ja das ist die viele die sagen mir ist scheißegal so lange ich so halt sobald ich komme ihr müsst den spieß mal umdrehen stellt euch mal vor ihr ihr bekommt es hin dass eure freundin kommt und dann sagt sie so ich habe keinen bock mehr und du bist noch nicht da ist man dann ihr werdet nicht so oft noch mal mit mit ihm oder joshi gibbisch was haben das wird nicht funktionieren ihr müsst da schon wenigstens euer bestes geben genau und selbst wenn ich gebe euch einen ratschlag auch noch mal mit fürs leben chat selbst wenn eure partnerin noch nicht kommt und ihr seid schon gekommen dann macht ihr einfach weiter und fragt ihr fragt sie ganz genau was ihr haben möchte und dann macht ihr mit dem finger oder mit dem mund weiter männer die wirklich aus voller überzeugung sagen mir ist egal sobald ich fertig bin kann ich mich am arsch decken ihr werdet also das ist das ist das ist nicht in ordnung ja ist ja auch dass ihr werdet da nicht viel spaß haben und das schlimme 20 jungen frau nein das zum beispiel auch so eine sache eben soll nicht unter druck gesetzt führen macht das wenn ihr wenn ihr bereit zeit und wenn leute zu sagen du bist voll der loser weil du es noch nicht gemacht hast und ich habe schon gemacht und freundeskreis blablabla das sind opferkinder das sind auch richtige schwätze was ich euch überhaupt nicht empfehle was ich setzt lasst euch nicht unter druck gesetzt fühlen und dann irgendwie im puff euer erstes war oder so das war ihr das ist es nicht das ist es nicht erstes mal im puff weil man vielleicht unter druck gesetzt wurde von seinen freunden das ist gar nicht cool das ist das schlimmste was man machen kann sein erstes mal das ist das aller schlimmste was ihr machen könnt dass ihr euer erstes mal im puff habt sagt es ist egal ob ihr mit 19 20 25 oder 30 euer erstes war wichtig ist dass es sich das mit der person gut anfühlt und vernünftig und nicht auf krampf nur weil eure kollege sagen hey bro du musst mal ficken nein müsst ihr nicht ja das ist vollkommen egal jetzt am ende des tages verpasst ja auch nicht viel